Hier ist ein Making-of-Bild. Ich bin nebenher gerannt und habe im Endeffekt dieses Bild produzieren können. Von links sieht es aus, als ob da auch noch ein Blitzer steht, aber es war die Sonne, die kam kurzzeitig raus. Das war Glück für mich und habe von der anderen Seite einfach noch eine andere Sicht gegeben. Hierbei wollte ich die Dramatik haben, also hier kann man den Blitzer ruhig sehen. Und die Einstellung sieht man hier beim nächsten Bild, eine 80. und mit dem 1024 habe ich das fotografiert. Dramatik